Elbmarsch-Karlop-Rennen gelaufen als Kreis von Gesa Reimers, der Grand Damm hier in Struwe sitzt bei der Startaufstellung der Hauptstarter. Hat das Kommando der Hauptstarter? Ja, das ist alles andere als einfach da, Sehteilnehmern der bedachten Stadtlinie auszurichten, um einen fairen, regulären Start zu ermöglichen. Warte, warte Mädchen, warte. Machst du gut, machst du gut. Tempo rein. Geh raus, geh raus. Geh raus, die Kurve ist scheiße. Mach mehr Meter. Das ist noch eine Runde. Die Kurve seid ihr. Gebt mal Gas, das Kamuro. Die Teilen, wo heute ist, die Rede, die Gibt hier zur Schlussrunde. Die Weltmachter aus der Gerichtgesang, das Menschenredi und Elensredi. Wir kosten des Partiers. Ja, nun ist der Vierterdacht. Wir haben die Runde. Komm, 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 komm. Gute Räckchen, komm. Komm, Räckchen, die Letzten, die Zertigen auch noch. Komm! Komm Eke, komm. Komm Eke, komm! Tja noch mal, komm! Komm, tja, 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 tja listed, tja. Tja, und wenn sie wieder wingen, werden sie wieder füllen, tja, 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 tja. Gutes Mädchen! Gut gekämpft! Platz G1 ist die Gahontenletzter, aber ziehender Gipziel, Monika und alles ist heimgeblieben. Tja, das ist ja das Wichtigste, alle gesunde Mutter zielen, gleich die Siegerehrung und danach dann die Konzentration auf das nächste Trabrennen. Wie erwähnt, da gibt es zwei Hände, um die 5 und die 6 können sie streichen im nächsten Rennen, diese Pferde können sie nicht wenden, aber sie haben immer noch 8 Pferde zur Auswahl, Siegplatz 2 und 3 am Ende ist natürlich. Vorher haben wir uns aus unserer Trabrennerei hergestellt, die ihr uns wirklich verblüht habt und die die Konzentration zu bezeichnen haben. Daher kehren wir die Schenke, der ist ja auch in der Tür. Juhu, das Mädchen. Und dann haben wir 6, 10, 3 vorläufig, bitte alle zurück. So, Siegerehrung. So, Siegerehrung.